Bei MMOGA, falls wir es noch nicht erwähnt hatten. Es tut mir leid, aber wir müssen halt... Wir müssen auch von irgendwas liegen. Ja, das könnte ich nur spielen. Wir müssen auch neue Sachen kaufen. Wir wollen alle Overwatch spielen. Ja, wir wollen alle Overwatch spielen. Mit Dragas zusammen. Kann uns dann beibringen. Links Klick schießen, rechts Klick sterben. Also was ist Season? Ich glaube, du kannst Dragas am besten erklären, was eine Season ist. Ist das tragisch, was ist eine Season? Bitte erklären uns das mal. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon noch müsstet. Aber das hier... Das ist das Season. Und das Season, da ist halt... Fett mal das Gegner nicht. Jetzt gibt es neue Sachen. So, von 0 und dann... Es ist halt einfach, um das Spiel spannend zu halten, damit man jedes Mal von vorne anfangen darf. Ah... Ja. Du hast halt ein Leaderboard da und dann kannst du dich halt von neuem ganz nach oben durcharbeiten. Ist ganz witzig gemacht. Ist einfach, damit das Spiel ein bisschen länger hält. Genau, damit das Spiel bisschen länger hält. Ja, das ist halt... Was Diablo ausmacht, ist halt wirklich dieses von 0 auf 100 hocharbeiten. Ja, und... Wenn du dann jetzt mal eines hast, dann ist es halt einfach auch... Ne? Das ist immer noch ein Charakter. Ja, entweder das, oder... Ne? Man macht halt jetzt Season. Ich kehre in die Stadt zurück. Aber wir machen auch lieber Season. Wir machen auch lieber Season. Wir machen auch lieber Season. Wir haben ja nicht mal normal durchgespielt. Also... Wir müssen... Mit dem Season hast du ja dann noch diese tollen Aufgaben... ...wo du dann dir noch so extra Porträt arbeiten kannst. Und so. Oder so eine Flügelchen. Genau. Oder Haustiere. Oder Haustiere. Wir sagen immer noch spezielle Geschenke. Richtig. Ah. Apple Pen. Und dann geht es... Ich glaube, dass hier in der Season ist einfach auch nur der Beste nachher zu sein. Wer am schnellsten irgendwo durch so ein Portal durchkommt. Es geht immer nur darum, der Beste zu sein. Es geht immer nur darum, der Beste zu sein. Es geht immer nur darum, er den längsten hat. Und den längsten hat natürlich sowieso André. Das ist davon mal ganz abgesehen, ne? Oh. Was willst du von mir? Gar nichts. Gar nichts. Der will was von mir, sonst wär der nicht so nett. Oh. Machst du das? Oh. Ja, jetzt hab ich in der Tasche. Aber das Problem ist, es ist einfach scheiße gerollt. Stimmt. Hätte wenigstens ein Sockel drauf sein müssen. Stimmt. Sockel wär cool gewesen, ne? Hat noch so ein Stein übrig, wo man einen Sockel reinmachen kann. Ich hab nur ne Waffe. Ja, das geht nur auf Waffen, du Nase. Leider. Mhm. Das Umrollen. Ja, genau. Geld genug haben wir ja heute ja gemacht. Wir waren jetzt drei Schatzgoblin-Riffs oder so. Also ich bin jetzt bei knapp 500 Millionen. Ja, 469 Millionen hab ich. Ich bin 367 Millionen. Achso, muss ich jetzt auch meine Zahl sagen? 638 Millionen. Aber schon einiges ist grad für Brother-Din-Riffs. Wow. Die kosten immer so um die 20 Millionen, die ihr empowerst. Was? Aufwertes? Ja, dann kriegst du einen Skillpunkt für den Edelsteinmeer. 19,9 Millionen, ja. Ey, wir können jetzt 57 gehen. Wann verdammt nochmal ist die Pizza da? Ich hab's gerade abgestellt. Nein. Aber wir warten schon auf dem Weg. Ich sag, egal. Raga-Stadt-Hunger schickt sie da hin. Was macht euch denn alle für Sockel hier? Ja, größere Rubin-Sockel mach ich mir. Ja. Ich hab jetzt momentan den. Ich hab die zwar noch nicht in Ruhe halt, aber das ist mein Amulett. Könnt auch besser sein, aber... Du bist ein Verstand, damit ihn dich damals scheiße fand. Das ist die Rache der Frauen. Guck. 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 ja ja ich warum sterbt ihr gerade nicht mehr als sonst Es stehen die hier alle beim Sockeltypen. Was dagegen? Ja, Mann. Was geht auch, Mann? Ja, Mann, voll krass, ey. Das ist ein Go. Uh, das sieht doch nett aus. Pizza ist da. Pizza ist da. Deine Pizza ist da. 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 Miracoli ist fertig. Ach, ne, er war fertig. Er war was anderes. So kurz auf K. Ja. Große Kader Pizza. Ei, ei, ei. Ist die Pizza. Für dich und mich. Nur das Beste, Alter. Nur das Beste. Was tut der Vargasch wieder? Ich hab Langeweile. Vargasch hat Langeweile. Tut uns leid. Aua. Wow. 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 Grasche, grasche, also. Entschuldigung, das war ein Paprikahecken. Wow. Alter, er hatte auch noch Paprikahecken, ey. Ich pass es nicht. Pommes und normale Chips. Ah, der hat alles. Und ein Eistee. Alter. Gleich muss ich Pause machen, muss was essen, ne? Ah. Morphing am Arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Kann ja nicht sein. Doch. Schweine. Siehst du ja. Wir haben eine ganze kleine Mülltüte voll mit Pizza Brötchen dazu bekommen. Du hast eine ganze kleine Mülltüte. Dann überleg dir mal, warum das in der Mülltüte ist. Die Reste. Das sind die Reste. Nein, die sind noch warm. Ja. Die sind die Reste aber warm. Aufgewertet. Aufgewertet in der Mikrowelle. Ich mach so nen Tragebeutel voll. Hör mal auf, fällt bestimmt nicht auf. Wo seid ihr schon wieder? Ich weiß nicht, die Trage ist plötzlich abgehauen. Ja, ich dachte, das dauert jetzt n bisschen länger. Dann mach ich halt n bisschen Bonfire. Nee, Mann. Die Trage ist schon lange Reine gehabt. Der hat jetzt schon mal großen Rift aufgemacht und wir schon mal los hier. Stufe 70. Ja, wir können ja nicht rein, wenn du nicht da bist zum Anheben. Der Dressat kann sich einmal umdrehen und annehmen. Nein, der hat gesagt, der hat voll am Rücken und so. Ja, seh ich mal. Aber er kann ja keine Pizza essen, wenn er voll am Rücken hat. Ich hab am 27 Dreher. Das ist jetzt kein Witz. Was ist das? Du hast keine Dinger. Doch. Gehst du mit Daniel zusammen hin? Nein. Hey, wo sind denn dann noch die Gegner? Ja, du gehst am 27.00 Uhr wieder zu deiner Massage. Das ist keine Reha. Doch. Oli nennt's doch auch so. Ja, Trage. Schlaupt mal vorbei, ne? Passt schon. Wie was? Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool, alles cool. Ich hab ja drei Gegnerplatz gemacht, wenn du da oben den Einzelner da verdiebt. Weißt du, da wird ein Touchdown. Oh, ein Touchdown. Oh, ein Touchdown. Kein Touchdown. Da wird's. Da wird's Kopfgeld fertig. Ein vielleicht. Wow. Ich war jetzt bestimmt drei, vier Minuten weg. In der Zeit hätte man ganz viel Kopfgeld machen können. Echt? Wow. streng ich mal klar war ich komme hier an und dann gar nicht komm hier an hab die Pizze in der Hand wie so ein Pascha ne wie so ein Pascha alter wieso ist er noch nicht fettig hier alter Mann 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 guck wie er nichts mehr widern kann weil er einfach die Fresse voller mit Pizze hat so geht das die kam jetzt gerade erst mal so ein Teller voll warte ich muss noch mal ein Stück abweißen wir essen vom Teller mhm 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 ok hast du oh geil Gyros Pizza wow gut dass man weiß dass der Pizza ist gerade haha ja ganz fettig alter mhm geil wow ja andere will jetzt essen ah keine Pause geht weiter wie keine Pause keine Pause okay hab gesagt wir streamen halt so lange bis die Pizza leer ist mhm da ich jetzt zwei 45 cm Pizzen hab also 90 cm Pizza dauert dann ne Weile mhm plus den Sack Pizza Brötchen ne wow weil der Olli ist da wie der Olli ist da Olli ist da wieder Olli ist da wieder, zu spät Hallo Olli, äh, Olli, oh, oh, aah, aaa Olli ist da Wer sitzt hier in die Karte? Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Nicht? Ne, in dem Portal noch nicht. Ne. Seid jetzt? Zehn Minuten? Eine halbe Stunde oder so, schon fast durch. Sorry, ich kümmere mich gerade um euren Chat, ja, hier so vernachlässig. Unser Chat. Wow. Also. So ein Drager-Schmott, Mann. Echt mal. Wow. Wow, wer ist denn da jetzt gestorben? Der Krise. Wieso rennst du denn da rein? Das war ein Laserstrahl. Ja, ich hab auf meine Pizza gekocht. Oh mein Gott. Könntest du nicht ignorieren? Nein. Du hast gesagt, du hast die Krankenhüter nur Platz, wenn du da alles hast. Du hast da Chips, äh Paprika... Ja, die Chips... Pizza... Also unter dem Fernsehschwach. Aha. Das sind meine? Ja, aber ich hab die Papier haben, die Chips. Ich hab das so viel gehört. Olli, du hast schon die ganze Woche ausfallen wegen Krankheit. Langsam zieht er sich nicht. Also Olli, wenn du keinen Krankenschein vorlegst, zählt das nicht, ne? Wollte ich gerade sagen. Nach dem dritten Tag mit dem Krankenschein. Koppeln! Koppeln! Ah! Wo ist er? Auf der anderen Seite! Hinter uns, hinter uns! Ich weiß, wir stehen da alle draußen. Hinter uns! Oh, ein grüner Ring. So grüne Stiefel. Ohhhh. Ich hab nix grünes. Ich hab nur was braunes. Und das hab ich öfter. Ja, das ist kein Streifen. Das ist ein Rallye-Streifen in der Hose. Wo kommen die denn jetzt her? Oh Gott! Oh mein Gott! Die waren in dem Ding drin, da. In diesem Verderbten. Ach ja. Das sind meine Armschi, Entschuldigung. Nee, das sind deine Armschi. Ja, es gibt eine Armschi. Damit kannst du zur Seite so'n... Ich weiß. Gesehen hab ich die auch schon, aber ich hab die nicht angelegt. Ja, warum, ey? Nehmen wir, wenn ich jetzt noch fast hab, kann ich die nutzen. Hab hier schon Angst. Wow, David. Wow. Das hätten wir schon so'n viel mehr haben können. Wow. Der David ist schuld wieder, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Ich kam da nicht raus, war eingefroren. Das war voll unfair. Wie? Ich hab mich schon da wie eingefroren. André, Olli, kannst du noch ein Ko-Pie schicken? Ja, bitte. Gut. Ja, bitte. E-Mail-Adresse finde ich noch nicht. Einfach den Kanal hinzuschauen. Ich brauche mehr Zeit. Nee, Mann. Pass mal auf, Olli macht das noch. Sagt das mal nicht so laut. Wir nutzen nur auf info at nerdgaminghd.de. Wow. Er könnt ihr auch... Wer macht's für MMUG auch? Ja, mein Partner MMUG erstmal und dann... Ich mein, dem könnt ihr auch ne E-Mail schreiben. Der schickt's ja dann an uns weiter. Genau. Aber da müsst ihr was bestellen für, ne? Bei unserem Partner gibt's Leute dann... Im Angebot ein verliebtes Spiel auf unserem Kanal. Bausimulator. Bausimulator im Angebot. Wer noch nicht hat, 1099, kann man mal zuschlagen. Sehr berühmt. Und schaut euch dazu noch besten unsere Videos an dazu. Richtig, richtig. Na dann seht ihr was Bausimulator ist. Bausimulator 2015 wohlgemerkt. Also wenn man gegeneinander fährt, ist das wie der Goalsimulator. Also das Spiel ist... Ja, es ist sehr interessant das Spiel, muss man sagen. Also die Physik ist auf jeden Fall ultra klasse. Sie ist voll realistisch. Ja, seitdem seh ich auch nur noch Baufahrzeuge, die ineinander rumzen. Und quer durch rumfliegen. Und rumfliegen. Ich auch, komischerweise. Seitdem weiß ich, wie sich Bauarbeiter fühlen. Das weiß ich, warum es so viele Bauarbeiter gibt. Sobald keiner hinguckt, machen die das immer. Ja, weißt Bescheid, ne? Hast du gehört? Der Job auf dem Bau ist frei. Geil, lass hin. Guck mal ineinander bumsen, ey. Krieg wieder schwierig, ich weiß. Ist ja nur Qual 11 hier, ne? Dann kann ich noch ein Stück da essen. Wow. Wow. Haben hier schon Angst? Uga 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 ua. Ich werd ja auch geil in den Hammerschlag rein. Das ist so klar. Ich mag das. Es war so klar, dass wir sofort reinrennen. Ich mag das. Gib David so oft. Ich fass, ey. Ich renne jetzt nicht auf euch her. Wie immer? Ja. Ich helfe euch nicht mehr. Ihr macht euch lustig. Jetzt will ich helfen. Ernsthaft. Jetzt hab ich mich ernsthaft mal angeschränkt, meine ganzen Sachen zu erhöhen. Ja. Und jetzt kann Dragas auch mal seine Schnauze aus. Wow. Sein Lenschen hat er nicht getan. Der war wieder sarkastisch. War 50? Ja. Fantastisch, hab ich gesagt. Du warst fantastisch. Oh, dankeschön. Bitteschön. Alter Schleimer. Ich weiß. Ja, Dragas ist wirklich fantastisch. Ohne Dragas wären wir noch keinen Qual. 5,50. Geil. Neferlemmertal. 5,50. Qual. Das wär geil, wa? Also Qual. 5,50 haben wir hier grad einen Teamspiel? Nee. Der schreckt sich die Fallstufe aber auch mit jedem Abend. Oh. Na komm, ich schick den Grissal vorbei, der bringt dir ein Stück Pizza. Oh. Das ist aber nett von André. Für mich würde er das nicht machen. Darf der überhaupt noch fahren? Er kann keinen Führerschein, aber der fährt trotzdem. Was? Momentals voll. Ich geh rein, die Schuhe zurück. Ich geh rein, die Schuhe zurück. Ich geh rein, die Schuhe zurück. Ich würde ihn nicht machen. Dann kommt die Pizza gar nicht an. Ist André jetzt entert in der Stadt. Wow. André ist in der Stadt. Wow. Wow. Sind wir Tafol, zack, bumm. Da hättest du es nochmal ausgesprochen, ist er in der Stadt. Ihr könnt ja warten. Oh. Niemand hält mich. Ich brauche mehr Zeit. Seht doch im Chat. Oh ja. Oberkönig Zerbur teleportiert sich in die Stadt. Ich brauche Hilfe. Oberkönig Zerbur. Nimm es mir allein schon. Haha. Ich bin der Gottkönig Zerxes. Grünschlüge wieder hier. Hast du auch gemacht Piercings? Ja. Dick fett und fall einfach auf die Schnauze. Doch nicht mehr rein. Aber dann finde ich den Org Spice und verwandele mich in einen Roboter in der Steckdose. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 wie schön, Alter. Au, 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 au. Shut up. Ich brauche mehr Zeit. Mann, das ist alles so fies hier, ey. So fies, ne? So fies. Ach, der Kerl mit der Pizza. Ja, ja. Alter, ich habe dir auch ein Stück angeboten. Nenn uns hier deine Adresse. Jetzt live komme ich vorbei. Ja, süß. Kannst dir ja im Chat schreiben, die Adresse. Dann kriegt's nicht jeder mit. Ah, ich wollte gerade die Adresse vom nächsten Polizeirevier raussuchen. Kannst du auch machen. Dann ist der Wies doch schon mal in der Nähe. Was habe ich denn hier Tolles? Füße. Unsterblichen König Füße. Füße für den König. Ja, siehste, Füße für den König. Ein Knicks reicht. Habt ihr noch mal ins Portal rein, oder? Kann ich zu machen? Oh, macht zu, bevor ihr alle wieder rumweint. Oh, ich will nicht den Rest absuchen. Das ist so anstrengend. Das lohnt sich ja nicht. Das deckt meine Krankenversicherung nicht. Sowieso alles RNG. Oh, ihr seid ekelig, ne? Damit hat's angefangen. Wir sind am Essen. Ihr könnt doch nicht einfach solche Geräusche machen. 100.000 Gold-Rap-Kosten, ey. Ich guck mir grad den Daibo an. Da geht ja ganz schön viel flöten. Daibo! Ey, das ist nur Gyrus Pizza. Ich hab dir keine Salami gegeben, die Sau. Oh. Wow! Schuhe 57? Wow!